Hey Dudes, was geht ab? Heute Abend geht es gleich los, nämlich mit dem Dude-Stream für all diejenigen, die lieber beim Streamen zuschauen, statt irgendwie mit Böllern herumzuknallen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einschaltet. Also, bis gleich auf unserem Twitch-Kanal, twitch.tv slash zockerdudes oder zockerdudes.tv.de. Da geht's dann rund, wir spielen ein bisschen FIFA und so weiter und so fort, hauen ein bisschen Abpack-Musik rein und so weiter. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Für all diejenigen, die jetzt nicht unterwegs sind und ein bisschen Offline-Party machen, ja, da können wir ein bisschen Online-Party hinhauen. Gut, dann bis gleich im Stream.